Der neue McLaren Speedtail ist das neueste Fahrzeug aus dem Hause des britischen Sportwagenherstellers. Nachdem man den McLaren Senna exklusiv für die Verwendung auf der Rennstrecke präsentiert hatte, gibt es mit dem neuen McLaren Speedtail wieder ein Straßenfahrzeug. Jap, dieses über 5 Meter lange Ding soll ab 2020 ausgeliefert werden und über 2 Millionen Euro kostet. Außerdem soll er noch auf der Straße fahren dürfen. Hier sind nur ein paar Details, weshalb das etwas verrückt klingt. Der McLaren Speedtail hat 1050 PS, beschleunigt in 12,8 Sekunden von 0 auf 300 und fährt bis zu 403 kmh schnell. Reden wir aber erst einmal über das Design. Äußerlich erinnert der lange McLaren Speedtail natürlich an die Hypercar-Legende, den McLaren F1, der ja lange Zeit das schnellste Straßenfahrzeug der Welt war. Mit einer Länge von 5,14 Metern und einem sehr aerodynamischen Äußeren wird schnell klar, dass der McLaren Speedtail für Spitzengeschwindigkeiten gebaut wurde. Was das Design besonders modern aussehen lässt, ist wahrscheinlich das Fehlen eines Spoilers. McLaren sagt, dass die beiden Querleitwerke auf der Rückseite bis 403 kmh für ausreichend Bodenhaftung sorgen. Das Dach des Fahrzeugs besteht vollständig aus Glas und verlängert sich von der Windschutzscheibe bis hin zur Rückseite. McLaren verwendet hier elektrochromes Glas, sogenanntes intelligentes Glas, welches die Tönung ändern kann, wenn elektrische Spannung angelegt wird. Somit braucht es keine Sonnenblenden, um das Panoramadach zu schließen, sondern das Glas wird einfach dunkler, bis es kein Licht mehr durchlässt. Noch ein spannendes Detail am McLaren Speedtail ist, dass er keine Seitenspiegel hat. Diese Auslassungen auf der Beifahrertür beinhalten die Kameras, welche die Seitenspiegel ersetzen. Im Inneren finden sich dann in den Ecken links und rechts zwei Displays, womit ihr den Verkehr neben und hinter euch beobachten könnt. Wenn das Auto abgeschaltet ist oder der Velocity-Modus bzw. die Launch Control aktiviert wird, dann werden die Kameras für bessere Aerodynamik eingeklappt. Ganz nach dem Motto, wenn ihr damit schnell losfahren wollt, spielt es eh überhaupt keine Rolle mehr, wer hinter euch ist. Die Innenansicht beim McLaren Speedtail ist dann nochmals beeindruckender und erinnert zugegeben an ein Raumschiff. Der Fahrer sitzt in der Mitte, umgeben von zwei Beifahrern vorne. Natürlich gibt es nicht allzu viele Knöpfe mehr, sondern Klimaanlage, Heizung und das Radio werden ganz modern per Touch-Display gesteuert. In der Mitte findet sich dann noch ein Bild. Es ist zwar ein Automatikgetriebe, aber wo wechselt man die Gänge? Die Knöpfe für die Gangwahl sowie für den Velocity-Modus befinden sich nämlich am Dachhimmel. Wenn ihr also in eurem 5 Meter langen McLaren Speedtail rückwärts parallel einparken wollt, erstens mal viel Spaß damit, dann müsst ihr dann oben am Dachhimmel einen Knopf drücken, wenn einem das nicht das Gefühl gibt, in einem Kampfjet zu sitzen. Dieses Gefühl kann euch übrigens jeden Tag begleiten für den günstigen Preis von etwa 2 Millionen Euro. Oder eigentlich auch nicht. Selbst wenn ihr nämlich aktuell über 2 Millionen Euro auf der hohen Kante haben solltet, könnt ihr ihn nicht kaufen. Der McLaren Speedtail wird ab 2020 ausgeliefert und es werden nur 106 produziert. Und ratet mal, alle sind bereits ausverkauft. Bei solchen Fahrzeugen sucht sich nämlich der Hersteller seine Kunden aus. Und solltet ihr zu den Menschen gehören, denen die Ehre zuteil wird, einen McLaren Speedtail kaufen zu dürfen, dann könnt ihr auch aus einer ganzen Menge aus optionalen Extras wählen. Okay, es gibt eigentlich nur eins. Ihr dürft euch nämlich aussuchen, ob das McLaren-Logo an der Front in Weißgold oder in Platin gefertigt sein soll. Na, was sagt ihr? Weißgold oder Platin? Zu der Motorisierung hat McLaren bislang kaum Details verraten, außer dass dieses Fahrzeug einen Hybridantrieb verwenden wird. Wir von CylinderBlog vermuten, dass der 4 Liter V8 Biturbo aus dem McLaren Senna in Kombination mit einem elektrischen Energierückgewinnungssystem zum Einsatz kommen wird. Damit soll der McLaren Speedtail auf 1050 PS eine Beschleunigung von 12,8 Sekunden von 0 auf 300 und auf 403 kmh Höchstgeschwindigkeit kommen. Der Bugatti Chiron schafft offiziell zwar 420 kmh, allerdings ist er in der Beschleunigung auf 300 kmh um 0,3 Sekunden langsamer. So, das war auch schon alles, was ihr zum neuen McLaren Speedtail wissen müsst. Alle technischen Daten findet ihr sehr ausführlich in unserem Blog und einen Link dazu gibt es natürlich in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal und vergesst nicht auf die Glocke zu klicken, um kein Video mehr zu verpassen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.